Ja, hallo. Heute ist die Kerstin bei mir zu Besuch. Wir sind bei mir hier im Wald und sammeln ein paar Kräuter. Wir haben da vorne ein schönes Feld erdeckt mit ganz frischen, jungen Girsch. Der ist ganz knackig hellgrün. Da freuen wir uns schon drauf gleich. Die Kerstin macht in Kürze wieder eine Kräuterwanderung. Wann machst du das, Kerstin? Ich mache das jetzt im August an einem Sonntag, damit ihr auch schön ausschlafen könnt, um 12 Uhr, von 12 bis 17 Uhr. Und zwar mache ich das in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Bergisch Gladbach in Herkenrad. Und ja, da sammeln wir dann alle möglichen Kräuter, so wie wir das jetzt auch gleich machen werden. Hier habe ich auch schon ein paar entdeckt. Also wir haben hier Gänsefingerkraut, dann haben wir hier den Breitwegerich, da hinten Schafgarbe, Brennnessel sowieso, Springkraut und Girsch und wir werden bestimmt satt. Und wenn ihr das auch alles kennenlernen möchtet und genau wissen wollt, was ihr da sammelt und wenn ihr wissen wollt, was das für eine Kraft gibt, also das ist sagenhaft, ne? Du isst da jetzt auch schon längere Zeit durch Kräuter. Dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr also am 28. August an einem Sonntag schön ausgeschlafen kommt und wir werden dann noch ein kleines Picknick machen. Ich bringe dann so ein Wildkräuterpesto mit und noch ein paar süße Sachen und ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr kommt. Also bis dann, ne? Tschüss!